So, hallo und alle, zur nächsten Folge von Minecraft Galactical Science oder Galactic Science, ich glaube, ich habe den Namen nicht mehr ganz im Kopf. Man vertut sich da leicht. Ah, warte, 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 das kann mir mein Questbuch sagen, oder? Kannst du das, kannst du das, kannst du das? Das ist gerade die zweite Folge und ich bin noch gerade aufgeregt. Galactic Science, nicht Galactic Hell Science. Okay, ich bin, ich bin, wir sind übelst gehypt gerade noch, weil der Anfang ist immer am coolsten, weil man hat so viele Sachen, die man machen kann und man kommt auch ziemlich zügig voran. Für die heutige Folge. Alter, das stimmt, das hat Sieb, ne? Alter, wir haben 27 Bäume gehabt, ich mach jetzt die Baumfarm-Deluxe-Schlügung. Ja, ja, denke, lass ruhig krachen. Das Ziel auf der heutigen Liste ist in unserem Questbuch bei ShowQuests und zwar A New Moon, brauchen wir das Sieb, I like to see it, I like to see it, see it. Ja, I like to see it, see it, see it. Party, Marty. Aber vielleicht noch diesen schönen Stein, wir wollen noch schön bauen und das sieht alles so hässlich aus. Doch, Spark, oder? Der hat doch so einen ganzen Stack oder so einen halben. Achso, ich hab Limestone, ich kann gern schön bauen, soll ich irgendwo wo was? Oh, ne Chisel. Also da drinnen halt, da habt ihr nicht so diesen Sand abgebaut, diesen Mondsand? Äh, ja schon, aber ich hab trotzdem hier Limestone bekommen, den kann man nämlich schön schisseln, da kann man was Schönes draus machen hier eventuell. Ah, stimmt, wir haben ja Chisel und Limestone. Äh, was brauchen wir denn? Brauchen wir Weg? Ja, ein bisschen Weg wäre bestimmt geil, oder? Aber das find ich auch irgendwie grad hässlich hier. Ich find das so geil, wie die Items wegfliegen, wenn du die abklopst. Es ist hier, fangt! Ich schnapp! Ja! Spark hier oben, fangt! Hab ich gar nicht bekommen. Alter! Wo? Wo? Es regnet! Meine! Nee, ist okay. Aber sechs Stück bekommen, sehr gut. So, eventuell, keine Ahnung. Warte, was machen wir jetzt? Wir müssen die, achso, die sind alle in Restage. Ah! Hat einer von euch noch Holz? Ja! Kannst du mir welches geben, bitte? Ja, hier. Ganz hinten im Raumschiff. Alter! Und das Ding ist, wir müssen immer mit Kruks abbauen. Ich mach mal ein paar Kruks für uns. Weil davon werden wir richtig viele brauchen. Ich hab noch eine Kruk. Achso, aus dem Zeug kriegen wir das meiste, oder was? Also, Spark, du kriegst zwei da vorne. Peter, du kriegst zwei. Yo! Ich hab euch hier zwei gelegt. Oh, ist nicht weg! Den Baum am besten erst abbauen, wenn er wirklich komplett weiß ist. Mhm. Muss komplett weiß sein. Aber dauert doch so ein bisschen, bis das mal alles hier durchgezogen ist. Der muss ja erst infektet werden. Ja. Und die Seuche muss ich hier ausbreiten. Das hat man schon mal. Ach stimmt, warte mal. Holz wär ganz geil. Hast du noch ein bisschen Holz, Cap? Ich hab Holz noch zur Not. Drei hab ich noch. Hat einer von euch noch Mondsand? Hast du noch ein bisschen Mondsand, Spark? Ich hab noch ein bisschen Mondsand, ja. Moonturf. Hab ich gerade hier. Weil ich mach halt, wie du siehst, extra hier jetzt so eine Baumreihe um uns herum. Einmal hier 36 Stück gleich auf einmal. Warte mal, ich baue mal eben ganz kurzer Basis. Wer hättest du hier? Das ist heftig. Weil dann sieht das hier ein bisschen schöner aus. Nicht schlecht. Also, ihr geht eurem Ansatz nach, schön zu bauen? Ja, wir versuchen es. Also, irgendwann wollt ein Weg an. Also, hab ich halt gerade einen Weg gebraucht. Ich find den Weg aber schön. Wir haben ja bei Sky Factory auch gesagt, hey, wir machen das, aber haben es nicht durchgezogen. Und das hat uns bis zum Ende aufgeregt. Weil sobald du es einmal nicht mehr konsequent durchziehst, hörst du auf. Ja, dann ist es vorbei, oder? Dann ist es direkt vorbei. Er wird komplett weiß. Warte, wir machen das eine mal hier weg. Der kann woanders hin. Achso, nee, ich wollte ja mal komplett drum herumsetzen. Hier. Achso. So, guck mal auf der anderen Seite, damit wir so wie so eine Hecke haben, wenn die alle gewachsen sind. Spark, was machst du denn da? Ich baue einmal außenrum und pflaster das Ding. Ich hab dir extra Kalle voll gesetzt. Warte, warte, ich helfe, ich helfe. Wir sind hier doch voll zentral gelegen. Also, da können wir doch ruhig ein bisschen pflastern, oder? Kommen wir eigentlich auch Monster so zwischendurch? Ich finde das auch so geil mit dem Fußabdrücken. Seht ihr das? Ja, ja. Die entstehen immer, wenn du da langläufst. Ich dachte am Anfang, da wäre irgendwie so ein Blatt oder so, was auf dem Boden liegt. Nee, nee, nee. Das aussieht wie so Schrift. Die kannst du selbst laufen. Ja, von den dicken, fetten Schuhen, die wir haben, ne? Ja. Ja, ganz richtig. Also, ich baue jetzt mal kurz so frei, wie ich bin. Warte, dann baue ich hier auch noch mal eben ab. Die infected ab, aber nur die... Genug Steine hast du? Warte, ich infiziere mal nochmal den zweiten, ne? Weil dann mache ich nämlich schon mal ein Sieb, dann... Wie infizierst du den denn? Du kriegst die Würmer und mit dem Würmchen, das frisst sich durch die... Achso, du packst den Wurm da drauf, okay. Genau, also du kannst auch mal den Wurm drauf machen, wenn du hier den Wurm nimmst. Hacken ein bisschen kann das sein. Nö, bei mir erst rein. Bei mir? Ah, damit machen wir den Wurm, okay. Hackt das bei euch gar nicht? Ja, ein bisschen hat es gerade geleaktet. Wo liegt denn das? Oh, oh, ist ein Meteoriter bei uns auf dem Weg? Oh nein. Da wird gleich schon die Basis zerstört, dann liegt die so brennend da. Hast du eingesammelt? Wie viele hast du, Peter? Ne, ich habe zwei Strings. Achso, genau, die brauche ich auch. Her damit. Achso, für das Sieb, ne? Ja. Aber warte, hier oben sind ganz viele auf dem Baum. Jo. Leckt das nur bei mir? Leckt das nur bei mir gerade, oder? Es geht. Minimal hat es gegangen. Manchmal ist ein Block zurückgeploppt, aber es ist... Oh ja, jetzt, jetzt. Ja, stimmt, wenn man am Baum abbaut... Ja, wir müssen mal schauen, vielleicht... Ich kann den Crafting-Table nicht öffnen. ...mit den Leaves oder so nicht richtig oder so, keine Ahnung. Okay, ihr seid gerade ganz kurz komisch am Laufen. Ich kann den Crafting-Table nicht öffnen. Dieter, ich auch nicht. Ich würde sagen, wir machen gleich einen ganz kurzen Schnitt hier und gucken mal, ob das dann gleich wieder geht. Alles klar, Leute. Bis gleich. Jo. Okay, dann werden wir wieder. Wir haben neu gestartet einmal und so, wie es aussieht, scheint zu funktionieren. Jedenfalls besser als vorher. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sich die Würmer in den Server gefressen. Und man kann sogar abbauen beim Springen. Wie geil ist das denn? Jo. Ich versuche, die restlichen Limes uns hier nochmal zu verbauen. Das Problem ist, wir haben die ja nur durch Quest gekriegt, durch diesen Reward-Bag. Und wenn wir davon keine mehr haben, dann können wir damit nochmal weiter bauen. Ich glaube, mit dem Hammer kann man die duplizieren. Das war bei Agrarian Skies zumindest so. Duplizieren? Du musst unbedingt einen ungeschüsselten lassen. Ja, die kann ich ja zurück schüsseln. Ja, die kann man ja zurück schüsseln. Achso, genau. Weil du brauchst auf jeden Fall dann welche, die ungeschüsselt. Oh, nee. Wie viele Fäden hast du noch, Peter? Fünf. Oh, dann gib mir mal alle. Gut, das reicht sogar. Ja. Aber man kann sogar gucken, was da rauskommt, wenn man das siebt, ne? Ähm, nee. Ich muss jetzt ja erstmal... Wenn du U drückst, auch Moonturf zum Beispiel. So. Dann kommt direkt das raus, was du durch das Sieb kriegst. Ja, genau. Cool. Nichts schlägt. Aber das ist ja nicht so geil. Ach, guck mal. Moonturge. Das ist ein bisschen Sand. Ach, guck mal hier. In unserem Komposteimer ist jetzt Erde entstanden. Nice. Nice. Die kann man gleich wieder nehmen. Und dafür haben wir zwei Folgen lang gewartet. Cool. Aber wir können ja Erde aussieben. Und aus Erde zu sieben bekommen wir... Steht ja gar nicht. Boah, ich weiß, dass man da was rauskriegt. Hey. So. Passt mal. Ich hab jetzt auch einen Moon Dirt. Da kommt... Ah, guck mal, da kriegt man sogar Essen raus. Kartoffeln. So. Wo wollen wir die Siebstation machen? Irgendwo hier in der Mitte? Ja, ne? Ja, können wir gerne machen. Können wir nachher ein bisschen umbauen. Wie läuft das jetzt? Jetzt rechtsklick. Ach du Scheiße. Genau, da muss man die ganze Zeit drauf rechts klicken und klicken. Kannst du auch rechtsklick gedrückt halten, dann geht's auch. Aber wenn Spark drückt mit, komm, wir machen alle gleichzeitig. Guck, wie schnell das geht. Wir haben Siebdienst. Eine Folge sieben. Wenn ihr übrigens nicht gedrückt haltet, sondern klickt, geht's nochmal schneller. Ja. Okay, ich bin dabei. Wie schnell das durchgeht. Drei, zwei, eins, go. Bam, jetzt zwei Hände auf der rechten. Maustaste. Ja, gib alles. Ich pack meinen Turf da immer rein. Aber was bringt uns das? Ich hab Glowstone, Redstone. Okay, lass mal ganz kurz sein. Ich tue jetzt mal Erde. Oh, ich hab alles bekommen. Geil. Guck mal, Erde geht auch. Das hat er uns gar nicht angezeigt. Ich tue jetzt mal die restliche Erde, die wir haben. Wir können uns ja welche machen. So. Oh, warte. Ich glaube, ich hab einen guten Ping. Ich krieg die Sachen immer. Finde ich gut. Ja, du stehst einfach nah dran, du kleiner Abgreifer hier. Ja, hab wieder was bekommen. Warte mal. Oh nein, jetzt hat es Marc was bekommen. Also, was habt ihr gekriegt? Erzählt mal von der, ähm ... Also, ich hab Steine bekommen, zwölf Stück. Dann hab ich einen Knochen bekommen. Ich hab Flint bekommen. Ich hab eine Ahorn bekommen. Ahorn stinkst, war so mal eine Nuss. Und ich hab ein Bonemehl bekommen. Nicht schlecht, der Specht. Ich habe ein Reward-Bag gekriegt, weil ich die Thief fertig gemacht habe. Ja, WTF. Und ein Redstone, ein Gunpowder und ... Fünf Gravel. So. Ich hab noch mal den Reward-Bag. Redstone. Ja. Ich hab vier Glow-Stown, Redstone, Steine, Bonemeal, Flint und Gelohnsamen. Soll ihr was sagen, was ich gekriegt habe? Ist gar nicht ein klein wenig OP, oder? Lava-Tank. Ja, klar. 16.000 in die Lava. Hab ich grad aus dem Reward-Bag gekriegt. Ich stell den mal hier hin. Komm, der hat also bestimmt schon vorher im Inventar gehabt. Wir brauchen einen autonomous Activator mal wieder, der uns die automatisch kriegt. Alter, ist das geil. Das heißt, wir müssen irgendwie ... Ja, das wäre geil. Das war immer das Ziel. Wir müssen irgendwie dazukommen, dass wir ... Ich glaube, ein Sieb reicht eigentlich, oder? Ich hab sechs normale Seeds noch. Ich hab vier. Für Weizen. Ich hab noch elf Stück im Inventar. Also richtig viele. Und ich hab Ensign Spores, was immer das ist. Sollen wir irgendwann mal mit Essen anbauen? Das wäre geil, oder? Ja. Eigentlich kriegt man das aus der Erde raus, irgendwelche Seeds. Ich tu mal hier auch eine Kiste hin zum Sieb. Ja, da können wir dann die Sachen reinkriegen, die wir aus dem Sieb kriegen. Ach ja, Kev, vor allem ist eigentlich so, Mann, dass der mit der Folge am besten noch mal die Sachen claimt und so. Ach ja, stimmt. Das hatten wir ja gesagt. Entschuldigung. Ja, genau. Das ist ein Sieb. Im Claim-Rausch. Oh, bei Get Turfed. Ey, ey, ey. Bei Get Turfed. Wir haben alle Sachen gefunden. Wir haben Bone Mill, wir haben Knochen, wir haben Flint, wir haben Redstone, Glowstone, die Ensign Spores und Gunpowder. Ich könnte meinen nächsten, ich nehm meinen nächsten Reward, ich nehm meinen mittleren, Claim-Reward. Ja, gönn dir, gönn dir. Also, eigentlich müssen wir auch erst mal dafür sorgen, dass wir überleben, ne? Weil ich meine ... Ja, ich hab gleich Hunger. Ich hab noch ein bisschen Essen. Man regeneriert nichts, wir sterben hier, alles easy. Ach ja. Ich hab Sykrose bekommen von Mindcham, diese chemischen Elemente. Also sowas wie, weiß nicht, Zucker? Sykrose? Ja, ich glaub, es ist Zucker. Und ich hab den Reward-Becken. Soll ich den auch mal öffnen? Und es knallen lassen? An drei, zwei, eins. Oh, auch ein Lava-Tank. Nice. Ja, das ist ja nichts Besonderes mehr. Ja. Jetzt hab ich Kev gebastet. So, warte, ich mach ja mal wieder Würmer in die Bäume. Das ist gut, ne? Sagst du? So, ich hab mir jetzt mal hier Folgendes gemacht. Das Ding ist, wir müssen ja irgendwo, ich glaub, das war immer das Ziel von diesen ganzen Spielen, ein automatisches System machen, wo wir Kabel herkriegen. Oder wir gehen einfach vielleicht mal nach dem Questbuch selber hier. Also ich hab auch Steine da. Ich hab drei Kobbels. Drei Kobbels. Ja, wir brauchen, das Ding ist, wir müssen Wasser irgendwo herkriegen. Woher kriegen wir Wasser? Ich hab Hunger. Ich schätze, wir müssen uns irgendwie erzeugen wieder, ne? Lass mal kurz gucken, was unser Questbuch sagt. Ach shit, soll ich dir sagen, wie das geht? Oh je, wie denn? Hau raus. Mit Eis? Mal, wir haben hier Bloodmagic drauf. Ja. Du kannst mit dem Bloodmagic Alchemistry, äh, Alchemistry, Chemistry Set, wie auch immer das aussprich, kannst aus einem leeren Eimer und einem Kaktus, kannst du einen vollen Eimer Wasser machen und du kriegst Kaktus, indem du fünf H2O von diesen Ampullen, also dieses, was du da eingesammelt hast und eine Mescaline, was du grad gekriegt hast, oder? Äh, ich hab das meiste in die Kiste gar nicht, ich hab dann sonst nix mehr gekriegt. Hast du nicht Mescaline gekriegt? Ich hab Zyklose gekriegt. Genau, Zyklose war das. Ach so, ähm, so Rewardbag-Sachen lass dir mal hier reinstellen. Okay. Ich hab hier ne Kiste drin gemacht. Ah, du hast Zyklose gekriegt, okay, das heißt, wir müssen... Zyklose holst du hier ab eben, so. Ach du heilige. Nur noch anderthalb Hungerkeulen. Jetzt bin ich aber... Wir müssen Cobblestone herstellen, Potatoes. Hier, Peter, ich rette dein Leben. Ja, bitte. Essen. Lays? Ja. Oh, lol. Es funktioniert alles mit diesen Chem... Auf dieser chemischen Basis, Leute. Ist euch das aufgefallen? Wenn ihr auf die nächsten Reward-Seiten geht... Also, ich guck mal eben. Ja, geht's dir nicht. Da, äh, wenn der Krieger war, Iron raus. Also, Iron in Chemieform. Das ist ja krass. Äh, falls jemand einen vollen Kanister braucht, ich glaube, Spark braucht gleich an. Ich geb dir mal einen vollen. Ich hab den grad aufgeladen. Ah, oh ja, sportlich. Ich hab gerade hier getauscht unten. Passt. Oh, nee. Achso, wir brauchen keine Infested... Ach, wir müssen so lange sieben, bis wir alles haben, ne? Okay. Ja, genau. Deswegen, du brauchst auch nichts mehr infizieren, weil wir brauchen jetzt keine Siebe mehr. Wir können ja alle... Das geht ja dreimal schneller. Ich nehm nicht auf, ich hab Siebdienst. Soll ich dir was sagen, Alter? Ich bin jetzt der Übermacker. Ich hab'n Autoklicker drauf. Ich hab'n Autoklicker drauf. Du PvP... Ah. Warte, rechtsklick, Single-Click und Freeze. Warte, ich mach den jetzt mal an. Okay, gib Gas. Go. Ohne, dass ich was drücke. Oh, geht aber schnell. Warte, ich packe immer rein. Ja. Warte, und ich drücke noch zusätzlich. Guck mal, jetzt hör mal auf und ich drücke zusätzlich. Guck mal, wie schnell das geht. Guck mal, zu dritt. Ja, ich helfe auch nochmal mit. Aber nee, ich mach das, das war ein Witz. Ich hab'n Autoklicker drauf. Das sagt er jetzt, weißt du? Ja. Ich bin einfach nur ne Maschine. Ich bin aber nur ne Maschine. Die Maschine, Kev. Ohne, wer hat denn die ganzen Bäume infiziert? Äh, ich nicht. Äh, ich. Wieso infizierst du unsere Bäume? Ich dachte, wir machen das mal so. Wir haben doch schon genug Strings. Ja. Okay. Ach nee, warte. Ich dachte, wir machen Wollblock und ein geiles Bett. Stimmt, und wir können Strings zu Erde kompostieren. Okay, infizieren Sie weiter, Mister. Wollen wir ganz kurz den nächsten Schritt uns anschauen. Wo wollen wir genau hinarbeiten? Kein Problem. Ich glaube, dass wir die ganzen Sachen aus dem Sieb rauskriegen, oder? Holz kann man da nicht reintun, oder was? Weil wir müssen auch irgendwie dadurch Eisen kriegen. Ja, Eisen, Eisen, Eisen ist kein Ding. Wart mal kurz hier. Bei dem Siebs & Co. Sieve Expansion musst du ja wieder ein paar Sachen kriegen. Also, das Acon haben wir schon mal. Die Melon Seeds haben wir und die normalen Seeds haben wir. Da fehlen noch Kartoffeln, Karotten, Pumpkins. Ja, der Rest ist aus Dirt. Und da kriegen wir als Reward Eisen. 64 Stück, also so chemisch. Ja, krass. Deswegen müssen wir jetzt Dirt sieben. Hier ist Moondirt. Guck. Moondirt? Wo? Ja, hier. Ein bisschen weiter nach unten, aber hier haben wir so eine kleine Quelle. Ob das anderes Zeug bringt, als oben der Turf? Ja, auf jeden Fall. Moondirt bringt es. Okay. Moondirt ist das Richtige. Nice. Dann machen wir ein bisschen Moondirt. Ich brauche erstmal Holz, damit ich überhaupt ... Moonstone. Moondrock. Nicht schlecht. Kann man damit was bauen? Wollen wir vielleicht einfach mal meinen gehen zusammen? Wie wäre es, wenn wir einfach jetzt mal nach unten wandern und ein bisschen graben? Die Holzspitzhacke reicht nicht aus. Nee, aber wir haben doch Steine bekommen, oder? Diese Steine. Ah ja, genau. Warte, warte, warte. Keine Steine. Steine. Das stimmt. Schattimmt. Gib mir auch welche. Ich teste das mal. Gib mir auch welche. Oder wolltest du Bounce Park? Ja, wir können aber schon gerne craften. Ja, weil du bist ja gerade in der Folge. Warte. Probier mal aus. Ich hab die extra gelassen und nicht gedingst. So, ich hab fünf Cobblestones. Das reicht für zwei. Hier, für zwei Spitzern. Nee, für eine Spitzer, genau. Anderthalb. Anderthalb. Alter. Immerhin. Aber ich baue mal den Stein ab und eventuell kann man damit ja auch wieder craften. Das sehe ich jetzt gleich. Stimmt, das macht Sinn. Okay, und ich, ihr könnt euch tief graben. Und ich baue hier einfach so eine Schlucht aus Moondirt ab, weil Dirt muss ja gesiebt werden. Gib mir ein paar Steine, Spark. On my way. Oder weißt du, ich probier gleich einfach direkt zu craften. Oder so, genau. Dann hau rein. Hast du eine Steinspitzhacke oder was hast du, Peter? Ja. Nee, ich hab noch nix. Eher eine Steinspitzhacke. Also, es funktioniert nicht. Also, man kann nicht den Moonturf-Dings daneben. Aber ich kann versuchen, mal den zu sieben. Wollte grad sagen, können wir nicht sieben? Ja. Oh, die können wir sieben. Gib Gas. Den Dirt, das hab ich euch doch gerade gesagt. Nein, nicht den Stein. Ach so. Wir sind schon eine Stufe weiter. Ist relativ hart. Das ist kein Stein. Aber wir müssen, ich tue zwischendurch das andere auch rein. Das ist kein Stein. Das ist kein Stein. Das könnt ihr sehen. Okay, lass mich mal einen Rest raushauen. Dann beende ich auch gleich schon die Folge wieder. Wir sind bei 16 Minuten. Das ist kein Stein. Nein, ich will nicht, dass du beendest. Das ist Stein. Ja, okay. Ich lass dich jetzt beenden. Die Bieter ist immer so voll weißhaft. Das ist Stein. Und das Coole ist, aus dem Stein kriegen wir noch mehr Steinen raus. Ich hab später eine Cobblestone und kann eine zweite Steinspitzacke für euch machen. Aber wir brauchen die Sachen, die wir aus dem Dirt kriegen. Drücke. Oh, ich hab Eisen bekommen. Darf ich das haben? Broken Iron Ore. Daraus können wir, wenn ich vier zusammen craft, dann Eisening machen. Wir haben's. Das heißt, wir haben ja praktisch hier das Äquivalent zu Dirt und Sand und Gravel. Aber nur was Chemische machen. Achtung Leute, hier eine Steinspitzacke für euch. Wer sie findet, der kriegt sie. Moin. Meine. Tschüss. Ja, kloppt euch ihr Jedi-Ritter. Dann würde ich auch sagen, das ist das gewesen in meiner Folge. Den nächsten Part gibt's bei Kev. In diesem Sinne, lasst garten und wir sehen ein bisschen weiter. Und tschüss. Tschüss. Bis dann Leute. Ciao, ciao.